Moin, mein Brothers und Sisters, mein Name ist Nailies Nails und heute zocken wir... Schäscher-Glai! Let's go, Bilder! Oh nein, er verfehlt, er verfehlt, wie kacke! Ah, ich setze wirklich einer der besten Waffen am Anfang ein und dann verfehle ich auch noch, wow! Hast du gute Waffen gerade? Ja. Wieso lachst du? Oh mein Gott, welche Waffen hast du? Ja, sag ich dir nicht. Ja, sag ich dir nicht. Sag ich dir aber nicht. Lightning! Vor Lightning habe ich ehrlich gesagt keinen Respekt. Bam, bam, bam! Ah, ah! Ja, der Lightning hat vor dir auch keinen Respekt. Oh, weißt du was? Das Double Damage hat vor dir auch keinen Respekt. Du wirst mich eh nicht treffen mit dem Double Damage, sorry, aber... Ich weiß sogar, das ist das Traurige daran. Ich habe zwei Teleporter noch von, ich habe einen EMP-Blast! Du hast einen EMP-Blast, aber dafür brauche ich deine Route. Ja, aber ich habe ihn nicht eingesetzt im letzten Spiel. Aber der hätte dir doch eh nichts gebracht. Mann, doch, Duli! Der hätte dir gar nichts gebracht. Wie zur Hölle hätte der dir was gebracht, bitte sehr? Du bist böse, Schneid. Ich muss deine Route sowieso komplett neu für mich erfinden. Hallo? Ja, du hast recht. Mann! Denk doch einmal nach! Ja, tut mir leid, Mann. Okay, hör auf mich zu mobben. Und was ist das gerade für eine Waffe? Hä? Was ist das? Tja. Lol, der Pinpoint? Ist das dein Ernst? Ja, sorry. Sorry, dass ich irgendwas mache, was dir nicht gefällt. Oh! Oh, du kriegst ein Paket neben dich. Keine Sorge. Ja. Ich habe trotzdem keinen Respekt vor dir, mein Freund. Nein, tu es nicht, nein. Let's go! Oh mein Gott, wow. Das war kacke. Das war so kacke. Und was kriegst du? Oh nein, nein, du hast Wespen bekommen. Oh nein. Oh fuck. Wieso kriegst du so welche Waffen? Ich kriege immer nur irgendwelche Scheißwaffen. Leck mich am Arsch. Wow. Mehr Schade, meine Wesen. Könige. Sind die ätzend. Oh ja. Ja, ich kann das Double Damage trotzdem nicht nehmen. Hä? Klar kannst du das nehmen. Hä? Natürlich. Obwohl? Obwohl, ich kann es nehmen. Komm her, Double Damage, komm her. Okay, wow. Oh, ho, 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 ho. Oh, 154 Schaden? Lol, damit kann ich arbeiten. Irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt respektabel. Weißt du was? Das war erst der Anfang, mein Freund. Gleich kommt noch viel, viel mehr Schaden auf dich zu, mein Freund. Wirklich viel mehr. Warte mal, es kommt mehr Schaden auf mich zu, wenn du jetzt überlebst. Ja, ich denke mal, ich überlebe. Ich denke mal, ich überlebe, weil du hast relativ scheiße geschossen. Nein, das war gut geschossen, du Luscha. Das waren 20 Damage. Yo. Ja, dann viel Spaß und du musst richtig Damage machen, du Noob. Ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe verloren. Wie zur Hölle soll ich die Kacke jetzt noch überleben? Hast du verloren oder nein, nein, nein? Ich habe noch 50 Leben, aber ich habe ein kleines Schild. Wirklich ein ganz kleines Schild. Eventuell überlebe ich ja doch noch, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nein. Oder doch. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin tot. Du überlebst. Doch, du überlebst bestimmt, Snylie. Du überlebst. Stimmt, ich überlebe. Ich bin ein Vogel. Und deine Mutter ist eine Schlampe. Was heißt du jetzt aus? Das weiß ich. Ja, das werde ich definitiv rausschneiden. Das ist mal klar. Also, ich weiß von gar nichts. Und der erste Treffer wird hundertprozentig. Der kommt hundertprozentig an. Es tut mir leid. Yo. Komm her. Und jetzt mach auch 64 Damage. Nein, es macht nur 40. Aber es ist okay. Huh. Wie geht es dir? Oh, mir geht es gut, aber da ist ein Double Damage. Yo. Deswegen geht es mir eigentlich gar nicht so gut. Ist mir egal. Hier, Tracer. Das kann dir nicht egal sein. Ich meine, da ist ein Double Damage vor mir. Hast du kein Herz mehr? Ich habe Tracer eingesetzt. Und genau in deiner Route habe ich das Type. Oh nein. Okay, ich habe verloren. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gucke nicht mehr zu. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe verloren. Du hast verloren, ja. Wie zur Hölle. Was soll ich denn jetzt noch tun? Was soll ich denn jetzt tun, bitte sehr? Ich habe keine Chance mehr. Ich werde es so verlieren. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Yes. Da diese Runde extrem viel Glück war, machen wir noch eine Runde. Oh, Spotter XL, brah. Brah. Weißt du, was auch XL ist? Mein Schwanz, brah. Brah. Okay, ready up. Alter, wurdest du zerstört, Alter. Warte, willst du nicht über die Folge jetzt beenden, bevor du nicht mehr schlafen kannst? Oh nein, mein Freund. Ich fange gerade erst an. Ich fange gerade wirklich erst an. Du fängst gerade an. Ich fange gerade erst an. Komm her, let's go, Baby. Ja, okay. Dann ist er gut. Hast du gute Waffen gerade? Das ist auf jeden Fall eine gute Waffe. Aber sonst sind deine Waffen schlecht, oder? Uh. 20er Crit. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Ei. Ich habe es gut überlebt. Obwohl, 90 Schaden hat das gerade gemacht? Ja. Das hat gerade wirklich 90 Schaden ge... Wow. Oh mein Gott, ich bin so gemein. Das ist so unfair. Wieso macht deine allererste Waffe schon 90 Schaden? 90 Kack-Ala-Hu-Ak-Bah-Schaden. Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Ey. Alles wäre so gut gewesen, aber... Ich hasse es, wenn du so dreckig lachst. Ich hasse es wirklich. Sei doch einmal in deinem Leben ein normaler Mensch. Und du benutzt einen Triple-Bounder. Oh, ist das ätzend. Die Welt... Ah. Ich hasse 100% Waffen. Wirklich. Es kommt, Stylie. Oh, oh. Und weißt du was? Die eine kritit sogar noch davon. Das ist so lächerlich. Das ist nicht lächerlich. Das ist normal. Normal, mein Freund. Normal. Oh mein Gott, du wirst so angepisst sein. Wieso werde ich angepisst sein? Eventuell trifft der. Komm her, Baby. Nein, es trifft dich. Es trifft dich. Ich ziele nicht mal. Oh nein, nicht schon wieder der Scheiß-Bounder. Jede Kack-Runde. Du hast wirklich jede Runde einen Scheiß-Bounder. Ich habe verloren. Okay, wir machen noch eine Runde, weil die Scheiß-Bounder-Runden nicht zählen. Die zählen einfach nicht. Es ist mir leid, dass ich so wenig sage und nur lache. Aber man kann einfach nur lachen bei dem Thema, Alter. Ey, es ist so mies unfair. Du hast wirklich Waffen und du zielst die Kacke nicht mal. Du zielst keinen einzigen Hit davon. Alter, ich bin gerade so fertig, ne? Let's go. Komm her. Letzte Runde entscheidet komplett alles. Oh mein Gott. Ja, okay. Letzte Runde entscheidet auch, wer die größeren Eier hat. Deine Mama. Okay, das war wirklich mies. Oh nein. Du hast ein Double Damage. Oh shit. Ich habe die Zelle. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Leckt mich am Arsch. Wow. Das Ding hat 200 Schaden in der ersten Scheiß-Runde gemacht. Ich bin runtergefallen. Ich habe Deo gefressen dafür. Das ist wirklich voll eklig. Oh mein Gott. Okay, die Runde zählt nicht. Letzte Runde entscheidet. Oh mein Gott. Mein Hals tut weh. Mein Hals tut wirklich weh. Oh, war das gemein. War das gemein. Jetzt geht es erst richtig los. Ja, okay. Sorry. Ich bin runtergefallen vom Stuhl. Deswegen. Du bist auch runtergefallen bei deiner Geburt. Wirklich? Ja, und deine Mutter auch vom Bett, weil sie ist fett. Oh nein. Du benutzt in der ersten Runde schon eine scheiß Smart Sniper. Bitte treff nicht. Oh, natürlich trifft es. Natürlich. 100 Damage in der ersten Runde, ohne was zu tun. Oh. Oh mein Gott. Das Leben macht so viel Spaß. Das macht wirklich so viel Spaß. Oh, leckt mich am Piepern. Komm her. Eventuell treffen wir die Frogs. Komm her. Okay, anscheinend treffen die nicht. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin zu kaputt. Wie viele Lebens hast du noch 100? Ich habe noch 100 Leben. Du hast mir gerade wirklich in der ersten Runde 100 Damage gemacht. Und falls ich jetzt sterben sollte, habe ich keinen Bock mehr. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wie mache ich es denn jetzt am besten? Ich glaube, ich benutze den Digger und der könnte eventuell treffen. Gut. Ja. Sehr, sehr gut. Zwei Crits. Drei Crits. Das waren 96 Damage. Extrem nice. Drei Crits, Alter. Lol. Und das Ding ist, du kommst da jetzt nicht mehr raus. Nee, stimmt. Oh, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, ich kann die Runde sogar... Oh, mein Gott. Nicht schon wieder Frogs. Nicht schon wieder Frogs. Und sie treffen sogar 30, 50, 80. Wie viel Schaden denn noch? Es reicht. Es reicht. Oh, mein Gott. Wow. Ich habe keinen Bock mehr auf die heutigen Runden. Wirklich. Ich verliere jede einzelne. So ist es halt, wenn man nicht spielen kann. Okay, ist mir scheißegal. Wir machen jetzt die aller, allerletzte Runde entscheidend. Allerletzte Runde entscheidend. Und dir hast du alle Sünder versprochen. So, allerletzte Runde entscheidend. Und du hast zwei Portale direkt vor deiner Fresse. Natürlich. Natürlich. Weil du hast immer irgendwie Glück. Aber, mein Freund, eventuell habe ich jetzt auch Glück. Komm her, Smart Sniper. Komm her. Ha, ha, ha. Ha, ha. Trifft eine. Nice. 100 Damage in der ersten Runde. Geil. Es tut mir wirklich leid für dich. Wow. Das hat wehgetan, oder? Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Smart Sniper eigentlich nie krittet? Äh, ja. Oh, du benutzt wirklich einen EMP-Blast? Natürlich. Dir ist klar, ich hatte nicht wirklich deine Route noch. Ich will diesen Day auch noch, äh, gewinnen. Ich meine. Aber dir ist klar, ich hatte trotzdem nicht wirklich deine Route. Egal. Du benutzt die Frogs? Soll ich dir was sagen? Ich habe gerade keinen Respekt vor denen. Nichts? Ich habe gerade wirklich keinen Respekt vor denen. Ich glaube, die machen mir wenig Schaden. Lol. 30 Schaden. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Oh, ist das ätzend. Aber, mein Freund, ich habe einen Jetpack. Wenn es nicht anders geht, dann benutze ich das Jetpack. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt können wir natürlich auch beten, dass meine Frösche treffen werden. Komm her, Leute. Und treff. Oh, sehr schön. Nur 100 Damage. Ihr müsst nur 100 Damage machen, dann bin ich zufrieden. Komm her. Sehr schön. Oh, 90 Damage. Du hast noch 10 Leben. Du kannst es jetzt theoretisch beenden, falls du treffen wirst. Ja. Wenn du nicht triffst, hast du verloren. Warte, viel Leben hast du noch? Ich habe noch 170 Leben. Lol. Du kannst es kein bisschen mehr enden. Oh, nein. 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 Oh, mein Gott. Wow. Wäre ich jetzt gestorben, dann hättest du meinen Respekt gehabt. Du hast jetzt definitiv verloren. Es tut mir leid. Rest in Peace, Danny. Rest in motherfucking Peace. Ah, Mann. Wenigsten eine Runde habe ich heute gewonnen. Wenigsten eine. Okay, Danny. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ähm, nein. Okay, Leute. Damit verenden wir jetzt hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Wir machen Age-Level. Ich roll mich nochmal hier lang. Komm her, Baby. Und ganz langsam. Oh, mein Gott. Perfekt. Perfekt. So geht das Level. Ich glaub, wir haben das Level wirklich gekillt.